ja herzlich willkommen bei full hd wallpaper ich bin alex und ich möchte euch heute zeigen wie ihr wallpaper in hd auf eurem pc laden könnt oder speichern könnt und ja wie kommt man als erstes daran das ist ganz einfach und zwar geht ihr einfach auf google also die startseite google und geht hier oben bei bilder und jetzt könnt ihr einen namen eingeben ich nehme erstmal wallpaper hd und klickt auf enter und wie ihr seht sind hier schon wallpaper in hd und ja hier ist auch zu finden von meinem anderen kanal das bild was ich genommen habe für diese werbe tafel am werbe zeitschrift da und ja sie könnt ihr euch dann einfach speichern ich nehme jetzt mal dieses hier er will jetzt gerade nicht dann nehmen wir mal ein anderes nehmen wir das war ja dann könnt ihr einfach rechtsklick machen und dann grabe speichern unter und will euch ich nehme das mal auf dem desktop den speicherort wählt ihr euch aus ich spreche das auf dem desktop und ja hier seht ihr dann hier ist das bild kann man auch öffnen und hier habt ihr das bild dann in hd und ja das war auch das kurze video zu den ballpebern und ja wir würden uns sehr freuen wenn ihr die beiden kanäle die ich in der beschreibung den habt auch abonnieren würde und ja ich und patrick bedanken uns für das zuschauen und ja dann sage ich mal tschüss